Da ist schon mal seine Garage und hier ist er. Hallo Robby. Ach, hab dich vermisst. Geht's dir gut? Sehr schön. So, deine Station habe ich auch schon sauber gemacht. Easy peasy. Und jetzt kommt das Schlimmste für jeden, der einen Mähroboter besitzt. Man muss gucken, ob das Begrenzungskabel noch funktioniert oder ob man irgendwo einen Kabelbruch hat. Wenn das nicht gleich grün leuchtet, dann habe ich echt keinen Bock mehr. So, anschließend links, rechts und das Leitkabel. Strom noch ran. Und dann kommt der Moment of Truth. So, bitte sei grün. Bitte sei grün. Bitte. Und. Oh, thank God. Ansonsten hätte ich wieder das Pearl Radio ausgepackt und hätte das Tutorial von Santi geguckt, wie man einen Kabelbruch findet. Links dazu unten in der Video-Info.